0 zu 2 zurückzuliegen nach Sätzen gegen einen Thomas Muster, das ist fast aussichtslos. Thomas Muster andererseits weiß, was es für Folgen hätte, wenn er jetzt dem Spanierer gleich nochmal das Auflagsspiel ab nun, dann wären dessen Zähne vermutlich gezogen, er ist auf dem besten Weg dazu, 0 zu 40. So, da ist es also passiert und ich fürchte fast, dass das so eine kleine Vorentscheidung war in der gesamten Partie. Thomas Muster führt mit 2 zu 0 Sätzen und gleich zu Beginn des dritten Wiedereinträg. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Gerard serviert, muss sein Aufschlagspiel halten, um wenigstens noch ein bisschen im Match zu bleiben. 15-0. 15-0. 30-0. 30-0. 40-15. 30-0. 30-0. als Rückschläger. Die Menschen verlassen mittlerweile Scharen, mittlerweile scharenweise das Stadion. Hier glaubt wohl keiner mehr so recht daran, dass ich hier noch was Entscheidendes tut, sprich, dass es hier zu einer Wende kommt. Dazu war Muster in den letzten 91 Minuten einfach zu überlegen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, relief von den Siemens. 40-15. 40-30. 40-30. Thomas Muster führt 4 zu 2. Kunstpause beendet. Hochkonzentriert. Und bei Broguera machen sich doch deutliche Anzeichen der Resignation bemerkbar. Da geht nicht mehr viel. Die Luft geht ihm aus. 30-0. Auch das ein sicheres Zeichen dafür, dass Sergei Broguera um seinen Zustand weiß. Er wird vermutlich jetzt häufiger versuchen, die Entscheidung vorn am Netz zu suchen. Dass das nicht sein Spiel ist, das weiß auch er. Er kann eigentlich nur drauf bauen. Damit Thomas Muster etwas zu überraschen, den Österreicher vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Er hat einen Spielball. Und er macht das Spiel. Verkürzt auf 3 zu 4 hat da Thomas Muster abgeschossen. Aber auch das hinterlässt kleine sichtbaren Spuren bei Thomas Muster. Neubolts. Blatt 15. Blatt 15. 15 Euro. Second service. 40-15. 30-0. 40-40. 30-0. 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 40-0. 30-0. 30-0. 30-0. 40-0. Untertitelung des ZDF, 2020